Moin moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zum Tilt-Counter-Spiel Episode 2. Letzte Woche habe ich euch Teil 1 dieser Videoreihe hochgeladen, in der wir es geschafft haben, Felix in 8 aufeinander folgende Runden in Counter-Strike zum Tilten zu bringen. Heute zeige ich euch das anschließende Game, was wir auf das 2 gespielt haben. Mal schauen, ob wir einen neuen Rekord aufstellen können. Vielleicht kurz nochmal die Spielregeln. Für jede Runde, in der Felix tiltet, geht der Counter um 1 nach oben. Bleibt Felix während der Laufzeit einer kompletten Runde bei Besinnung, fällt der Counter wieder auf 0 zurück und wir beginnen von vorne. Der Rekord liegt derzeit, wie gesagt, bei 8. Viel Spaß mit dem Video. Lanzi, ich schicke dich lang raus, oder? Bist du B machen? Lanz ist auch so, einer Tops-Bomb für lang und dann noch B. Lanz geht lang. Jaja, jetzt werden wir ganz ruhig hier, also, hallo bitte. 2 B, Felix. 2 B. Flash ist raus. Bringer, für durch, Bringer, für durch. 2 lang. Noch einer links, Kante hat auch jetzt. Geil, 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 geil. Flash uns in den Rücken, braucht wir nicht wegbringen. Sehr schön. Lanzi. Da ist er doch. Komm durch, komm durch. Wir sind die Bomben schon. Oh, zwei Stück CT. Was ist das denn? 80 in 6, 64 in 5. Mann, das ist so nix. Die haben beide low, Böner, Böner. Ich mach nix, Böner, ich verkauf dich. No, der hat 1 AP. Der hat keinen Schuss mehr. Der hat keinen Schuss mehr, haha. Ja, Wolf. Und los, und los, und los. Ich geh lang raus. Ja, ich komm mit und flash euch. Ich weiß, das ist ein bisschen Azo 2, aber ich force jetzt die 2. Ich werde die zweite Flash ein bisschen zu spät werfen. Noch einer. Noch eine Kante, noch zwei Kante. Noch einer. Der kann links bauen, reload. Die können zwei Leute vor mir stehen und ich kann den Hatter ziehen. Einer CT-Span. Du hast ne Bombe. Ja, hast du mich. Ich bin nur full von diesem Scheiß. Oh, Spawn. Noch ein Spring-Match-Modus, ja. Ich hab' die Kante gekauft. Der eine gute. Auf, jetzt, auf, jetzt. Komm, ich geh nochmal lang raus. Ja. Ja, wo Mitte raus, Alter. Ich komm mit, Mitte. Ich flash einmal rüber. Wie lange lang? Oh, auf A, der hat ja gekauft. Mal warten, Leute. Hinter uns, hinter uns. Toll. No. No. Ich konnte nicht mehr schießen, Mitte unten. Einer, einer B, ja? Da tiltet der nicht? Bei dem Backstep? Ja, hier ist aber wetten können, dass Felix flamed. Wenn, wenn der von kurz durch pusht. CT. Ich will den B, ja, schon. Ihr habt den Monster spawnen für lang. Ja, ja. Lens, AWP, Entry, das wird geil. Ich halte Mitte an. Ich bin nur blind. Oh, Alter, bin ich voll. Ich habe Kante für euch. Dann habe ich sieg lang. Schönere Skin, komm. Geh mit dir. Bist du mal einer Pit? Nee, ist keiner mehr. Die flash steht hier rein? Weg bin. Und rum. Wo? Wo, wo, wo? Keine Ahnung. Ich lege lang. Bitte, der ist schon lang, Alter. Oh, oh. Ja. Auf geht's. Ich ehemal B ab. Okay, dann nehme ich mit. Nix B, nix B. Noch immer nix B. Jetzt einer B. Mit unten am Tor. Du kannst B drauf, Felix. Bis safe vor dem Nacht. Noch mal. Tod. Was? Mieses Moog. Noch einer B, noch einer B. Schräge meiste? B tot. Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie. Ich glaube, der hat voll noch. Mann, ich brauche das Ace nicht, weil ich so hässlich und fett bin. Scheiße. Und die sind wieder im Rennen. Ich bang ein. Ich auch. B down. Oh, ich glaube, du musst jetzt. Warte, langen Flash, komm. Ich bin nicht. Drück den Blade, aber komm. Wenn ich komme. Blind. Wo hänge ich hier fest? Loll. Weg, weg, bitte. Die CTs Moog ist raus. Jetzt komm mal. Der Rampe ist blind. Ich bin wieder nur blind. Weiß dir nix. Und jetzt soll ich... Hätte ein, sei. Hätte ein, sei. Wie kann der nicht down sein, Alter? Wo gehen meine Schuster denn hin? Das ist schon ein Kagi. Der CT, hier Elevator, habe ich was gehört. Ziemlich sicher. Ja, da ist er. Boah, Alter, was ist das denn? Ohi, 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 ohi. Weg einfach hin, das hier, ne? Blind. Geht hier rechts. Du schießt auf, du schießt auf Felix! Also, ich möchte mit diesen, ich möchte mit diesen Bastards, nicht mehr zu tun haben, Alter. So ein Schmutz. Das ist dein Ernst? Sorry. Ich muss aber nur clean durch, die Spook auf Felix. Der hat doch gar nichts gemacht, oder? Lass diesen Mann, lass den einfach erzählen. Lass den erzählen, der ist völlig irre. Der ist ja wahnsinnig, der Mann. Lang, lang durch. Ja. Komm. Die Flash. Gleich, komm. Die Verböne, 60, hier. Ich krieg fünf Nades. Ich krieg auch nur Atomlade. Noch einer lang, noch einer lang. Lande noch. Ich glaub, BB ist jetzt frei, zwei sind geschoben. Das kann sein, das kann sein, ja. Geht nur. Einer war lang. Hier müssen wir schnell B gehen jetzt. Ich glaub, das ist safe nur einer B. Aber es sind zwei von CT in der Praxis. Ja, close. Low. Kick rum. Head low. Wirklich. G2. Neu. Ah, schade. Nice, CT. Ach, Mühne, warum du da rausgehst, wär jetzt auch kein Mensch. Der wär gleich, der wär gleich reingerannt. Zu den Doppel. Da hat irgendwie so ein salziges Gefühl auf der Zucker. Ja, komm, jetzt ist aber B. Jetzt ist B, ich verspande. Jetzt ist B. Jetzt ist B. Hol mal Löscher, hol mal einen Löscher, bitte. Ich hab einen Löscher. Ja, mit zwei. Ich verspande und mach Entry mit CZ. Mein Löscher hat nicht geblasht. Weit. Gut. Weit. Nein, oben. Loch, Loch. Lash raus, okay. Hab ich den? Nee, ich hab den. Er rennt einfach. Oh, jama, wie ich die eliminiert habe. Schöner Flash, Lennart. Flash, Loch raus. Geil, geil, geil. Ich seh nix. CT drin. Ja, CT. Mach bitte Platz. Mitte Tor. Mitte. Rennst du, ich bin da. Mitte oben, Mitte oben. Waut er ab? Ja, er rennt um sein Leben, Alter. Alle Palme. Mitte oben rechts. Ach, der. Alter, er ist T-Fest. Ich seh den. Fack den. Diese M4, so ein Haufen Rotz, so eine Pisse. Mann, ich seh das Model nicht. Schöner, wo bist du? Wo aimst du? Hab den gesehen. Komm doch mit mal gasen, Alter. Du bist immer hinten dran, Alter. Wir sind noch drin, wir sind noch drin. Es geht weiter, immer weiter. So, jetzt langen wir raus. Komm, Flash, komm. Ich hab dich links. Oder hab ich einige mitgenommen. Lennst du, hast mir drei neue Arschlöcher geschossen, Alter. Spot, spot, spot. Lenn zwei und siebzig in acht. Kurz, frei. CT und side. Wie kurz, frei. Ich hab Böne was gesagt. Mann. Mann. Wie kurz, frei. Warum spielt ihr überhaupt zusammen? Das war der erste Call, wo ich mir fähigst zu zweit gesucht hab. Ey, Böne ist noch an, der wollte mitspielen. Ich hab mich halt vollgeheult, Alter. Ich bin mit in die Lobby. Weil ich hab gar nicht gesagt, ob du Red Shracken gespielt hast. Ich bin gut zu B, oder? Ich schiege den Chat. Wollte die B raus? Auch die nackten Fotos. Was? Ja, komm, Böne, öpfer dich. Entry-Fragger. Mach fertig. Ich glaub, ich hab einen Löscher. Ich brauch Support, Flash. Ich hab eine Smog-Böne. Ich komm mit. Lauf doch mal beim Böne drüben. Ich stelle sie hinten an. Böne will wieder Böne. Bist löscht? Ja, Doppel-Molly. Kann man so ein Arschloch sein? Hat einer P, wirklich. Kann man so ein Arschloch sein, Felix. Wo denn? Ich stelle dort irgendwo, ich bin blind, Alter. Loch und Auto, Loch und Auto. Guck dir den Baiter an. Mann, ich muss 6-7, Böne, Ruhe. Wir üben das jetzt nochmal B, auf geht's. Ja, komm, ich... Jetzt diesmal ohne Scheiß, diesmal wirklich. Ich hab... Ich geh mal ne Scout. Ey, lass mal... Lass mal ein bisschen abziehen, Leute. Ey, ey, lass drauf. Kacke. Lass mal abziehen. Ich hab Flash. Ich hätte einen anversprochen. Ja, ich muss löschen, dann muss er noch... Weide, A, nicht B. Böne hat nix, Böne hat nix. Der hat wieder nix. Ohne Bon mit. Ich kann nicht löschen und Flashen. Ja, ich dreh ab. Dammel nicht lang. Stop, B ist 3. 3. K. War auf. Na, Böne, komm nicht mit. Tollz. Hat Headshot-Tatou. Ist da an. Schön, Böne, du musst legen. Na, weiner Close. Böne. Scheiße. Tür, Tür, Tür. Und vor Tür. War ich kurz fertig? Einer ist schon getroppt. Zeit. Aha. Mann, Böne, lass mich doch spielen. Du quatschst immer rein. Böne, Ruhe, boys, jetzt mal. Ich will noch mal lang auf Frag in. Na, Flash. Geil, egal. Nein, alles noch nicht, Böne, bitte. Behalt die dir. Nein, die ist fix, Bonk. Okay, okay. Ist der Bono Flash ready? Ja. Hier, du kriegst du hier. Machst du so. Flächst du so. Easy kill. Blind. Langkante 2. Big Atomnet. Nicht einer weiß. Nice. Nochmal helfen, bitte. Nur mal helfen. Einmal. Zweite Low wieder. Mann, Müll. Hälfte. Scheiß Lobby hier, ey. So, Rekord eingestellt. Ich hab's doch gesagt. Die 10 machen wir voll. Komm, die 10 stehen, Alter. Wenn wir jetzt nicht die nächste Runde flawless machen, wird die nächste Runde auch gechattet. Safe. Jetzt ist Felix im Modus. Wir waren noch nie kurz. Wir sind vor kurz durchkommen. Ja, ja, ja. Böhne, mach. Doch, Böhne, mach. Doch, doch, die kommt. Ich zieh jetzt hier gleich rum. Mitte. Ja, die muss noch warten. Ja, ich weiß schon. Ist mir doch klar, Alter. 2 Mollys bei B. Ja, geil, oder? Flash Quartz, mal close. Vorsicht. Hab ich trainiert. Gibt so einen YouTuber, der macht die. Also ich kann Drops work werfen hier. Lass da hier Entry machen. Ja, jetzt durch. Ich bin nur full. Alter, wo bin ich denn hier? Ich dropp CT. Outside, outside, outside. Trübe ich noch? Schräge, schräge. Outside, outside. Immer noch. Schräge. Mann, wo denn? Wo denn? Wer steht denn wieder auf mir drauf? Mann. Ich geh jetzt nur noch alleine. Ich geh nur noch alleine. Ich steh da auch mal ganz. Ich wollte nur hochspringen, dass ich nicht von Cetig gehintet werde und stehe irgendwie auf deinem Pony. Aber ist auch nicht schwer auf Felix draufzuschneiden. Ich komm nicht. Ich werde jetzt. Wenn du wieder auf irgendeinem Event, in dem du dich rumdrehst, hast du wieder nach einem Bild, Alter, du Idiot. Ich brusche jetzt Mitte raus, Alter. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich komm jetzt. Böhne, komm da auch mit. Ja. Flash, einer hier. Komm denn die Flash? Ich bin safe. Böhne, jetzt ist Robben die Team raus. Ich sehe mein ganzes Leben nichts mehr. Ich bin full Mitte raus. Da geh ich nicht hin. Auch wenn die Bombe da liegt. Juck mir nicht. Ich krieg Headshot. Der macht ein A. So, da hast du es. 2 C. Komm, jetzt will ich droppen, ey. Nee, nee. Ich mach safe. Damit rechnen die jetzt. Böhne, jetzt. Hast du einen Zettel und einen Stifter? Ja, ich recorde. Weil du wieder reinquatscht. Das ist doch einfach nur A. Keiner B. Ich fahr raus. Ja, war ein Witz war gesmockt. Ja, dankeschön. Ich hab 5 HP. Ich glaube, K. 50. Close, ganz close, rechts. Danke für den Call, Böhne, echt. Alter, Lenkrad. 4 HP. Wir haben mal so 5-1 geführt. Dann hat irgendwie keiner mehr Bock. Was ist da genau passiert? Felix Werft. Hauen wir uns eine Kategorie auf das Scoreboard. Jungen wie Mates Flasht oder so. Das fehlt noch. Die Runde war noch nicht vorbei. Da war noch der Flam im ganzen Schuss. Wir sind bei 11 oder 12. Es ist unglaublich. Doch, nur Flash lang. Das ist nicht normal, was hier passiert. Oh, Loha drin. Katas, hör noch keinen Step. Oh, bitte. B lang, nix. Die sind B. Ja. Ja, B raus schon. Ja. CT down. Clown Westiegel. Window, window und Tür. Chato, Chato. Autohin Kagesprung. Hinter Doppelbox. Loll. Noch einer aus Center. Irgendwo gewesen. Der letzte. Sehr schön. Schön, Mann. Komo, Komo. Spawn hat angehalten. Ich gehe mal nicht lauerein. Ich gehe mal nicht von denen bekomme. Wahrscheinlich bevor es... Lala. Ich gehe mal rein, Kagi. Kurz, kurz links oben. Gut. Er ist nirgendwo. Wie ist das B durch? Was? Mitte unten? Da ist es unglaublich. Lower, lower, lower. Ich flasche nur Rampe. Wir haben keinen in der Mitte. Keinen Mittelspieler. Keinen Mittelspieler. Au, au, au. Was hatte der auf kurz? Na, okay. Ah. So ein easy Klatsch war nicht. Sollte ich nochmal zurück? Zeit. Ja. Das kann nicht sein. Also es geht nicht rein. Kurz kommt. Einer. Man, ich will nicht mehr dieses Huren-Game spielen. Kurz durch. Mist, jetzt kommt der. Die hüpfen alle lang. Long me down, lang. Long me down. Lens hat eine geile Pose. Du musst arbeiten jetzt, Börner. Okay, 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 okay. Von kurz. Die denken dann, dass Lens du bist. Dann macht Lens sie weg. Ich kann 99.5. Genau zwei Games machen, ohne komplett die Nerven zu verlieren. Das ist offiziell. Ich mache ab sofort immer nur noch ein CS2-Game und sonst bin ich raus. Das ist so ekelhaft. Es tut weh. Wie könnte das 99.5 sein? Er hat 10 AP gehabt, okay. Brauchen wir nicht gesehen. Aber tot. Bombas hier. Schweine hin. Ne, mit nach. Ja, ist klar. Kleine Nähle, ich weiß. Den sehen Sie nicht. Brauchen, Rob. Ich brauche es bitte einmal Hilfe. Okay, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hinter den. Weiter, da. Nice. Cutters ist drin, lower. Ja, ja. Hat der auch eben B rausgegeben. Ich glaube, das ist ein Traceplay, was ich hier fertig mache. Mann, A, bin der T-Base. Das ist fucking Public Server oder was? Nein. Lower. Ich verliere die Fassung. Waren die Palme. Komm kurz. Nein. Nein. Der pickt nicht, Floy. Oh, Lange hat eine saftige Nähd gefangen, glaube ich. Schön, Kagi, das noch mehr. Morg ab. Da ist noch mehr drin. Ey, das ist doch nicht wahr. Lange hat ganz low Kagi das drin. Sehr schön. Aber kurz. Zwei Quatsch. Zwei Quatsch. Also wenn das richtig geil ist, werde ich auch hier erst beides hier abbrechen. Ich verschiessen. Mal gucken, Alter. Ja? Boah, schade Böhner. Safe und safe. Hau ab, hau ab, hau ab. Viele Flashes, ich bin weiß. Ich habe die Russian. Ja, die Russian. Och man, Alter, jetzt rush'n die Nein, er lehnt es one up, ey, shit Vedi ist noch da, ja, aber der ist mittlerweile im Woll schon gemuted, so Tilt ist der Maaan Okay Komm mal bitte Two sides, einer Keine Grins Ja, mit rechts, vielleicht schnell kurz No Er holt mich voll Flash, er ist aber hinten, der pusht mich Vielleicht jetzt Sind schon ein paar, sind drauf Aber noch einer, noch einer Raus, Mitte kommt einfach raus Wieder low HP Ey, bitte lass das Spieker Also wenn du musst, dann brech ich Dieses Hurengame ab Dann brech ich endlich ab Er ist lang jetzt, scheiße Langert Headshot Langhand oder schon durch Durch Reiner Ich hab kein Kit, 30 HP, kein Kevlar Du musst arbeiten Ich schick dich aber vor, weil ich mit Ava besser riefen kann Tür, 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 er fliegt Tür rein Sehr schön, Kagi Nein, 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 nein Außerdem habe ich auch schon 70 gegeben Brauche ich jemanden mit B kurzen Ja Vorsicht, 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 Felix Nein, nicht schon wieder Team Headshot Headshot Und noch einer low Ich kann durch Geht mal lang weg Ich hab lang safe Kurz, Xbox 1 Komm mal zurück Schmuck dir ab Wetter ohne HP an Hit Geht immer ruhig wieder B Ich bin B Okay Stimmt gut Mit unten Vielleicht beide Jetzt auch unbekannt Lange oder kurz, ne? Nee, der ist vor der Xbox unten Mit raus Mit Mitte B Er ist auch bitte links Zurück Mitte kann er nicht Ich hab ihn Er hat dich crossen lassen, ne? Einfach sein Mail verkauft Kann sein Ich bin einfach Ich bin halt wie ein Irrer mitrein gerannt Einfach Die Space Wo ist jetzt mal B? Die Flash Er war schön Und die Sätze 2 da Geil Heißt Wollt euch rein machen Die Flash rechts Kommt Kommt Die sind auch noch da irgendwo Ja, 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 ja Das steht Komm jetzt sind die doch gebrochen Das ist aber der Hitter Der ist mit oben Hat Hits Und rum Schön, Mann Einmal Vielleicht schon kurz Einer noch mit oben Gleich noch 2 Der Flash KG ja lange angekommen Er hat sich abgemacht Es Mitte oben sieht frei aus Es sei denn da schon mit rechts Heißt Ein Pit drin oder so Ich muss sich mal Zeit Geh mal, geh mal Hallo Der Schlange jetzt Gleich Kante oder Plateau Habe ich nichts zu sehen Anton vor Pit habe ich einen geholt Keine Ahnung wo der letzte ist Ich bin Mach lang hinten zu Falls er lang noch ist Nicht dass er wieder irgendwie B jetzt liegt Ach Die sind da alle so wild Weißt du nicht Ich bin kurz und kurz Hä? Was der denn alter? Drei Fulties Russen im Team die nur rumschreien Geil Dann haben wir die jetzt Ja aber wo sie jetzt der Unterschied sind Ist vorbei Ich hab gewartet Keine Russen Ich hab gett Scheiße Schöne Autotacker Und nix Achso ok Scheiße Ich baue euch hoch Baselinks Ja eine Mitte Baselinks Jawoll Einer Appertan Bauen noch AWP No Bombe down Ja ja Haben wir Und Xbox Jetzt das Bauen Mit AWP lang Oder vor lang Ja Base irgendwo Palme War das Anti Nein jetzt nicht wieder alle reinrennen wie vorhin Ich hab 20 AP ne Ist egal Tag So mach die ab AWP Tag Kurz kurz Steg Schön Hä? Der hab ich geklickt oder so Schön noch groß Oh Lens 50% Ja Ja gut ich hab Noll dafür krieg ich ihn Und Lens hat uprank Kari uprank alter Hau mal rein Lens auch alter Doppel uprank still Abstand mein schlechtestes Spiel Und